ARD Text im Auftrag von Funk Willkommen bei Projekt 365. Heute ist mein Tag 260. Wir sind heute an der Aufrichtung und haben einige Leute gefunden, die mir kurz helfen werden mit meinen Kunststücken. Wie heisst du? Hans. Florian. Du bist da? Du bist da? Ja. Kamera für Beat. Und der? Manuel. Manuel. Sehr gut. Danke euch fürs Mitmachen. Ich weiss nicht, ob ihr das wisst, aber ich probiere etwas Spezielles mit diesem Zuckerpäckchen. Kannst du das aufreissen? Oben. Ich nehme das Stück und nehme es in meine Hand hinein. Den Zucker lehren wir auch in meine Hand hinein, sodass man es sieht, dass es wirklich in die Hand hinein geht. Ja. Wir haben das Päckchen und eine Katze. Nein, sicher nicht. Du darfst es gerne untersuchen. Gratulieren. Danke. Danke. Komische Sachen. Komische Sachen. Super. Genial. Eine Stunde, wie das funktioniert. Ich habe es nicht verstanden. Umhauen. Ich habe das. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Das ist nicht verstanden. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Vielen Dank.